So Leute! Willkommen zurück bei The Tray. Fantasy X4 Needs 2 und... Wir machen hier... ähm... wo war ich? Verdammt, äh... da... Nummer 2. Genau hier. Hier waren wir. Okay, ähm... und ich muss mich wieder... Genau hier wollte ich... hier waren wir. Moment, das war die Taste. Das war die... Das war die... Ah, hier! Ah, falsche Taste. Das ist die richtige. Ach, Salz. Ach Gott, hier genau. Da war ja was. Und ich sollte laufen. Oh Mann! Wie laufe ich nochmal? Okay, da laufe ich. Oh Mann! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Das ist das... Oh Mann! Oh Mann! Das hat nichts geholfen. Das hat sie nicht zerstört. Und höp, 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 und, aaaaaaahhh! Ah, Mann, was soll das? Ich... aaaaaaahhh! Ich muss hier runter... Nö, scheint nicht... aaaaaaah! Wegbomben mir... Zeugs... So, hier... Bombs... So, hier kommt man wieder rauf... Ach, Gottchen... Okay, hier, die Bombe herlegen... Kann mich wieder erwischen müssen... Bombe... Und... So, hier rum... Durch... Hier kommt man nicht hoch, solange der Schalter umgedrückt ist... Und wie zur Hölle soll man das alles in der kurzen Zeit schaffen? Oh, nein! Oh, nein! Knapp! Was? Oh, Mann! Ähm... Danke... Und ich komm hier nicht weg... Das heißt, ich kann... Wie wir sind... Ah, ich muss das Level verletzen... Ja, stimmt... Genau... Das ist ja so logisch... Hier... Man muss aus dem Level raus... Damit man... Ah, hier wieder weiter kann... Ah, ja... Ah... 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 Ich weiß schon wieder, warum ich jetzt... Warum der letzte... Part kürzer war! Das ist so nervig! Ich hab jetzt mal irgendwas gemacht, was... Diesmal nicht gemacht habe... Weil da... Weil da die Ding... Dass ich mir jetzt die blauen Schalter so ab... Ausgeschaltet sind... Na komm! Geh weg hier! Komm! Das war die falsche Taste! Nein, das war die falsche Taste! Ah... Das ist ja echt... Ja gut... Okay, gut... Kommt... Ähm... Was? Die... Die sterben durch den Scheiß... Das war nicht soo... ah komm schon so hier und tap und tap und weiter geht's ich muss da unten gehen ok das heißt ich muss die weg drinnen ja geht doch gott man oh mann irgendwo kommt mir das jetzt auch kein Tor sonst wäre ich schon mal hier gewesen Moment ich muss hier den drücken Hier durch und hier drücken und hier rauf und da da. The switches don't last long enough, don't even bother trying and seem tricky, it's just better to keep up. Jaaa, jump in. Entschuldigung, gerade noch mal durchgekommen, das reicht nicht. We got the key, not too shabby. I'll be- aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Jaaaaai schon. oh ja komm ja naa nervig okay Okay. Oh Gott, ja, man, man, ich muss doch, glaube ich. Okay, wir schauen, ob es funktioniert, sehr schön, ob es funktioniert, so wie ich es wollte. Tür nochmal weg, Bomben, komm, danke. Das stirbt, Tebi. Aber das funktioniert ja nicht. Ich probiere mal was aus. Jaaaaaaah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh man! Oh nein! 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 ich das muss ich jetzt den bildschirm nach rechts verlassen oder wie mit der von das ist eine gute idee das ist jetzt wirklich das ist ja das ist der bescheuertste teil hier mit diesen tvs ja dass ich auf die auf denen rumpfen muss ok wie soll sich das denn ausgehen Trill Warum trill ich mich nicht einfach hier durch? Boah, knapp Das war knapp Ist nicht das Puschle? Oh, da ist ein riesen... Müssen wir verarschen Und jetzt speichern hier Komm Hallo Hallo, du sollst speichern Danke Diese Köpfe Dieser Kopf Und ich bin diesmal nicht drauf Was? Oh, spring doch Oh, dieses scheiß Gamepad Was? Wie soll ich da rüber kommen? Ja komm, fall runter Du blöder Kopf 스툴 Ich kann aus Ich kann das an ist gefährlich doch noch gottchen hier komme ich jetzt nicht mehr raus aber ich habe zwei energie verloren gottchen diese köpfe es gibt ja auch so einen gelben zeitschalter ok ich warte hier bis ich habe Köpfe! Ich sehe Jukuris, oder wie die heißen. Aggressionen! Kann ich jetzt speichern? Ja, ich kann nicht. Speichern. Hopp, ich habe eine Schlüssel. Also, save. Hoppity hopp! Spring up! Hopp to it! But don't let Careless make you fall for it to traps. Das ist das Ding, man. Nein, Varch, ich wu- Stink hier, Pop! Und... 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 Tap... 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 Und wieder runterfallen. So genau, so mag ich es. Und ich komme hier drüber. Moment, ich mache den Drill an. Und... Trill! 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 Und... Ich kann nicht mehr drüber. Glocke! Ich habe das hier drüber. Ich kann es damit an ... Dann kann ich mit diesen drüber. Dann kann ich hier drüber nachdenken. Aber ich kann das drüber nachdenken. Dann kann ich die drüber nachdenken. ich bin hier also noch falsch muss wieder in die erste zurückgehen und nach rechts gehen und ich bin hier und nicht den twill benutzen gegen gegen hat das spiel war dann richtig BAM! BAM! TWELL! TWELL! So, on tap, on tap, on bite tickets. Ich habe die... Ich habe den TWELL. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Und wir speilen hier nochmal. Hopp, hopp, hopp. Und dann nach oben. Ok. Schauen wir mal auf die... Ja, nein, das will ich eigentlich nicht. Da ist die Karte, ne? Ok, ich bin da... Und dann kommt... One, two, three, three. Ok, ich bin da. Ähm, eigentlich will ich da noch... ...proben. Tup. 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 Bombs. Bombe ich mir den Weg nach unten. BAM! 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 Und... Trill! Ah, das war die falsche Taste. Das ist die richtige. Tata! BAM! Ehm... Gehen wir einfach mal geradeaus... sind die richtig ich habe ich meine ich muss die test erscheinen lassen durch durch runterfallen was steht denn hier a set up some visible blocks maybe they will appear if you hit them from below you are well aware of these I'm sure die macht die weiß ich war bei ich muss mich sicher dass das so gesetzt ist dass man die mal schauen das war der falsche muss die Bomben benutzen ich bin mir ziemlich sicher aber nicht auf diese seite hier rauf und hier durch sehr schön kann ich hier mal das weg und dann hat und wird das glaube ich muss das blaue und das gelbe weg tun okay ich habe die idee zuerst das blaue weg dann steht hier unten dann gehen wir um die bombe legen dann schnell hier unten und so weiter laufen 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 dann muss ich hier rauf schnell hier rüber jumpen eine bombe legen da schnell runter das ah nein damit ich war zu schnell rüber gehe ich komme da nicht auf so bombe ist wieder nehmen ok ich hab's probiert schon mal was ich tun muss ok und wer den laufen okay yep yep bomber yep der 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 da dumme An item for latching on to balls and nabbing items. This one is pretty dang useful. Okay. Ja. Ähm. Ähm, wo kann ich die irgendwie... Oh, das ist einfach nur ums auszuprobieren, denke ich. Ja. Und... Oh, ich glaube... Ach, nötötötötötötöt... Okay, Gott, dann hätten wir den auch. Den next Slending Arm. Höpp und töpp und töpp. Speirern. Geht das auch nach oben? Nein, das funktioniert nur in die Richtung. Okay, wo bin ich jetzt? Oh, ich weiß, wo ich bin. Ich bin hier und ich bin da oben. Nein, ich bin nicht wieder zurück! Dumm! Okay, dann sind wir hier wieder oben. Okay, dann sind wir hier wieder oben. Wir haben einen safe. Und ich will die Gurke da haben. Und dazu, denke ich... Mach ich... Hier ein Drill. Hier. Und drill mich einfach hier rüber. Und... Ja, lass mich halt mal erwischen. Und drill das hier weg. Und drill mir die hier. Drill hier weg. Drill hier weg. Und weiter geht's. Moskowlinger. Willst du mich verkack eiern? Na, egal. Genufo. Moment, ich hab ne Idee, wie das funktionieren könnte. Warte. So funktioniert das hier also. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Jaaaa... Okay, das war nicht... Das war keine gute Idee. Ah! Muss ich aber nicht den ganzen Scheiß hier nochmal machen, oder? Nicht allen Ernstes. Ich bin tot! Super! Danke! Stattig glaube ich aber sogar... Irgendwie ist es sogar gut. Ja, ich schlafe es sogar wieder hier. Das ist sogar gut. Sogar besser. Denke ich so. Ähm... Jaaaa... Hast schon recht. Ich will nichts weg. Okay. Nur das hier wegdrehen. Und hier. Und hier. Und hier. Und dann... Hier wird das Scrollinger wieder. Ah! Ich hasse Scrollinger. Ah, naja. Wir hassen Scrollinger nicht. Und hier. Wir haben sich hierhingga... Auf 10,000. Wir haben hierhergegas. Aber dann können wir... wir nicht durchgehen. Ach, okay. Wir haben hierhergegangen. Nein, so knapp nicht. Ah, ich komme da oben an, das sehe ich gerade. Screw it. Screw it. Okay, done. Da, da. Nein, chinkabumps. Ah, ich lasse die Bahnen. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ähm, was ist das Nächstes? Oh, shit. Hüp. Nein! Curse you! Blue Blocks! Hätte ich doch ausschalten müssen. Naja, hat mir auch nichts gebracht. Dann werde ich da oben bei den Roten gesteckt. Ah, nein, das wollte ich nicht. Bin geboren. Hm, ja, wie will ich da oben sein? Und da oben schwebt ein Schild in der Luft. Das ist nicht cool. Okay, von da oben kommt man anscheinend. Boah, wie viele Schlüssel braucht man da? Zwei Schlüssel. Wie soll man überhaupt drauf kommen? Schon mal die Frage des Tages. Wie kommt man da hoch? Okay, wow, 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 da kommt ein Puschler. Und ich bin tot? Was? Wieso? Das ist nicht... Ich bin so weit. Ich muss nämlich da oben sein. Merke ich gerade. Oh, nein, nicht da oben. Ah. Oh, nein, nicht da那麼 steckt. Oh, ja, ich bin tot. Jetzt gehen... Oh. was nein das ist wieder runter nein nicht wieder rauf drücken du dummes dinko bin ich sonst runter gehöpft gehe ich dort über diesen schatten verdammten tv wieder knapp nicht ausgeht und da oben springen müssen und oben springen und meinung vor für auch immer das gut ist ich glaube für mehr energie um save him here Ah, Gott. Moment. Ich merke gerade was. So, da runter. Eins, zwei, drei. Da unten ist eine goldene Kurke, die will ich haben. Okay, du hast ein anderes gewollt. Zwei, drei, vier, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Jetzt sind wir hier und jetzt kommt der Trick. Und höp und höp. Vielleicht muss ich aber auch einen Moment, ich habe eine andere T. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Fünf, sechs, sieben. Zwei. Ich brauche den Extending Arm. Ich brauche den Extending Arm. Ich brauche den Extending Arm. Ich haue aber mir um. Da unten, der Ries ist vielleicht mit dem Drill rüberkommen. das könnte funktionieren tut es aber nicht anscheinend komme ich ja noch nicht drüber hier komme ich denke ich auch mit den hier habe ich auch mit dem hier wieder rüber geht es hier bis zu oben nein oh shit zu weit oben Oh nein! Ach nein! Komm komm Oh, das war schon wieder mal knapp So, da rüber Auf die Puschel Auf die Puschel Oder eben nicht Jukulishtetene 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 Die können einen verrückt machen Jukulishtetene Jukulishtetene Oh nein! Ah! Warum? Gurke Die habe ich jetzt glaube ich nicht mehr Komm, fall runter Komm und tap Und tap Nein, natürlich nicht Komm, fall runter Man muss genau auf der letzten Kante weg hüpfen Sonst funktioniert das da oben nicht Jukulishtetene 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 Jukulishtnet Jukulishtetren Jukulishtetetene kommt aus ausgegangen ist gleich losgelaufen wer die push Diese Pusche. Ui. Und... Zwei. Äh. Und... Slinky Boy. Nein, ich hab nicht so weit. Wie gemein. Dass ich da nicht durchkomme. So jetzt aber. So, den E. Und den Driller brauchen wir. Den Driller. Höp. Höp. Driller. Höp. Da hoch. Höp. Und Driller. Und Driller. Und hoch. Und den Extending Arm brauchen wir hier. 2. Vers którt nicht so weit. 2. So, und dann da gehts. IN muff. 2. 3. 3. Du siehst. hier kein fehl gehabt die die geile in den reiten hier direkt auf buch schon zu warten wir sprechen noch mal und schauen noch mal weiter okay wird sich weiter ich habe mich immer nicht drungen könnte ich wieder zum anfang zu gar nicht mal zurück naja ich muss daran und hier noch mal rum und hier komme ich zurück ich bin im falschen weg gegangen und jetzt muss ich sie wieder runter knarf ist ja wieder nicht darüber nein da muss ich da lang nein nicht hierher wieder moment weil da will ich nicht hin gibt viele warte an die ich ihn will aber nicht darüber dieses scheiß scrolling trägt daneben kein bock auf scrolling scheiße ja und hier speichere ich wieder ach gott ich habe dort auf wo ich angefangen habe wir haben ein neues item hier der nächste ding ab muss ich den scheiß mit dem team ist zwar noch mal machen aber was soll es so dass es heute mit leitzbein die jahre wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir hoffentlich weiterkommen bis zum nächsten mal